Hallo liebe Leute, hier ist wieder ein Video von OEA, mein Name ist Dr. Baxmann und guckt mal rein, was wir heute für euch vorbereitet haben. Viel Spaß! Und ihr wisst schon, was das heißt. Biegelbiegung, let's go, auf geht's, vamos! Heute die Intrusionsbiegung am Beispiel der oberen Einser. Ihr greift mit der Tweed-Zange am 1725 Stahlbogen zwischen Einser und Zweier ab und biegt einmal ab und einmal down. Das gleiche auf der gegenüberliegenden Seite, wieder zwischen Einser und Zweier abgreifen und die Zange hält, die Hand biegt. Das bei einer Aktivierung von einer Bogendicke oder einer Bogenstärke gibt ein physiologisches Kraftsystem. Das war wieder ein Video von OEA, mein Name ist Dr. Baxmann, ich hoffe meine Videos helfen euch weiter, hinterlasst einen Daumen hoch und bis bald.